hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge was bauen wir denn hier so schön ist wir werden es erfahren gleich ich hab's noch nicht gespoilert es wird mal was ganz anderes das problem ist ich weiß nicht hundertprozentig ob es funktioniert ja was soll ich sagen es ist was es ist schauen wir mal was es wird so also was auch immer das hier wird wie gesagt klar ist auf jeden fall 2.0 irgendwann demnächst weiß ich noch nicht habe ich richtig bock drauf dann natürlich vielleicht auch ein bisschen größer letzte fand ich ein bisschen sehr klein vielleicht wird die nächste auch einfach größer was heißt vielleicht nächste muss ja dafür gar nichts anderes übrig aber da müssen wir erstmal richtigen baugrund finden weil schon allein das hier dieses kleine bauprojekt was ich zwischendurch mal mache ist ja es wird was begradung des bodens angeht ist es so ich bau dich jetzt ein ne schlaf gut wir sehen uns in der hölle hau ab komm nicht mit dem stock zu einer schiezerei was hast du denn da ich hab's versucht auf zu moin auch mal was habe ich denn hier waffentechnisch wo sind sie denn wird die schön dass wir sind ja jetzt gerade pause macht das ist ja ein traum wow ach so da schleiche ich doch nicht so an bleib liegen bleiben ach leute einer nach dem anderen einer nach dem anderen hier ich mach mal flintenlaufgeschoss wenn ich darf danke die silafitel rüstung die ist schon ganz schön heiß ne muss ich mal so sagen ich glaube in den flintenlaufgeschoss komme ich auch ein bisschen weiter ne zappelt doch nicht so hör auf man 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 wo habe ich jetzt meine steine hingedonnert ähm hier ist einer da ist einer du bist hässlich ist ja wirklich hässlich der hat ja habt ihr nicht mal köpfe gehabt ich habe doch mal köpfe gehabt ich weiß es ganz genau ich brauche die gar nicht ich habe so viel mutanten munition äh mutanten munition junge hier ich packe die mal so jetzt jetzt macht es vielleicht sinn der nächste boy es reicht jetzt langsam hier schluss jetzt ich habe das gefühl ich hatte hoch ich hatte eigentlich äh das kann man doch kaputt machen ich bin mir ganz sicher hässlich hässlich war der meinung dass es ging naja gut dann halt nicht dann halt nicht wir müssen eigentlich ähm mein katana 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 hier ist ein kappi yummy yummy so ich bin da alles behalten hier möchte das nicht haben noch ich esse mal ein bisschen hier komischen gammelfisch ähm kombiniert jetzt habe ich lust auf königsberger klöpse nam 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 weiß nicht warum keine ahnung kommt mir gerade so einen kopf rein weil das glaube ich das einzige ist was ich auf der dose esse königsberger klöpse gulasch aus der dose ist immer kacke schmeckt halt nie ich glaube königsberger klöpse ist tatsächlich das einzige und natürlich dosen ravioli klassiker aber selten geworden sogar mal selber gemacht dosen ravioli weißt du bescheid nein ravioli natürlich ich habe ravioli gemacht habe es in die dose gepackt und dann konnte ich sagen ich habe bloß ein ravioli gemacht ich habe teig gemacht auch so mit richtigen richtiger füllung sage ich mal mit ähm spinat und äh feta und fleisch zwei varianten habe ich gemacht ich weiß es ganz genau oh oh cool und das war auch alles mega lecker gewesen aber der aufwand oh leute der aufwand ne uff war doch sehr mühselig muss ich gestehen und ähm ja lecker mega ne ich meine hier soße und so tomatensauce und so krab brauchen wir nicht drüber sprechen ähm ist nice für die mit spinat gefüllt hatte ich eher so ne es war keine sahnesauce ich bin nicht so der sahnige typ es war so ne es war ne helle soße sagen wir mal so ein bisschen naja bischamellartig aber keine bischamellsoße weiß nicht was ich sagen soll das ist was anderes ich koche anders so ähm ja ne das war äh lecker äh königsberger klöpsel habe ich auch mal oder ich ich habe mich mal dran versucht an den klöpseln keine ahnung irgendwie schmecken die bei mir nicht so wie äh naja wie sie wie sie sollen weiß ich nicht ist Quatsch aber wie wie ich sie gerne hätte sagen wir mal so ich kriege es nicht geschissen und ich weiß nicht warum nervt mich das einzige wo ich dann selber sage das kann ich auch einfach mal nicht auch nicht ne ne als ich klöpseln die ich gemacht habe die waren okay die klöpsel waren so super aber nicht für königsberger das ist irgendwie noch mal keine ahnung prinzipiell ist es so einfach aber von der konsistenz her und vom geschmack her habe ich es halt echt verkackt gerade was die konsistenz angeht hab nicht sein sollen wobei es ja prinzipiell kein hexenwerk ist aber hat nicht sein sollen ne was auch nicht sein soll ist dass ich hier nachts baue muss auch nicht sein ich gehe ins Bett wenn ich es finde und wenn ich es überlebe jetzt bestimmt eine gute Idee hier runter zu gehen das Dach gefällt mir irgendwie nicht oh Gott ist das hell ne das Dach ist irgendwie weiß ich nicht können wir noch ein anderes Dach machen müssten wir auch mal ausprobieren Gate äh Gutsnichtel sag ich mal versuche ich zumindest so das ist wunderbar äh hier ich brauche auch nicht mehr den Speicherstand tschüss cool nehme ich noch ein paar Steine mit ich habe gedacht er ist tot auf einmal warum auch immer er ist tot sein sollte nein oh doch hat geklappt müssten wir mal ähm eine Seilrutsche da hochbauen ne was doch immer es wird mhm so hier wäre auch kacke gewesen ja vielleicht brauche ich noch eine zweite was auch immer es wird äh huch aber leider das gefällt mir alles nicht so hundertprozentig aber hey mal gucken wie es wird wenn es fertig ist das wird jetzt erstmal so äh ein ein Test ob mein Plan aufgeht und dann habe ich noch eine zweite Variante vor aber dazu später mehr wenn ich sage später meine ich wahrscheinlich nächste Woche so machen wir mal realistisch äh mein Gott also wenn wir das hier fertig haben geht danach alles schneller ne wollte es nur erwähnt haben wird ein Ikea Parkplatz so jetzt habe ich es getroffen es wird ein Ikea Parkplatz mein Gott wir haben es gleich wir haben es gleich ich stehe auch irgendwie scheiße ah 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 mir blutet der Finger ey es ist nein ist schon lange nicht mehr passiert aha ah 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 bitte mich nicht einbauen mein Gott okay die Grundfläche steht aber sie ist äh äh echt nicht geil komm ich vielleicht kriege ich es äh von hier hin hier noch weiter zu bauen mal schauen ich habe um die Befürchtung dass das nichts wird äh weiß ich nicht weiß ich nicht ich baue einfach mal weiter ist das die richtige Richtung ja ich baue einfach mal weiter und dann mal gucken mal gucken wo wir ankommen ne mal gucken wo wir ankommen es darf schon groß sein Alter das ist ja immer wohl zu groß jetzt ruf okay reicht aber ich glaube ich komme ne ich komme hier nicht nach vorne ah ich komme hier so nicht nach vorne ich könnte das machen wie bei der Burg vielleicht bei der Boag äh eventuell ach wird das ist ja zauberhaft dankeschön wird das ist ja total lieb von dir danke ja das ist wirklich super ich gönne mir mal ne ich gönne mir mal und gleichzeitig mache ich mir mal ein Feuerchen äh an einer von mir ausgewählten Stelle hier so ich habe gerade mal zwei Stöcke einstecken das ist ja ähm interessant zum Glück schmeißt das nicht unter den Boden das ist ganz nice ähm ok ok wild auf jeden Fall äh ne das ist wild das andere war Quatsch voll das hier ist schon gammelig möchte ich nicht essen kann bitte weg Dorst ich habe nichts zu trinken mehr ne noch ein bisschen aber ich warte erstmal bis das hier fertig ist kann ich mir das gleich gönnen ob ich den Stock her ok interessant yummy okay hab ich meine Steine hingeschmissen weiß das jemand noch äh mach ich hier noch weiter mach das boah das wird das wird das wird ein bisschen äh ein bisschen heftig werden warte mal ich guck mal wie lang der Bums hier ist ähm ähm äh das kann ich eigentlich nicht mitzählen ne was ne eigentlich kann ich es nicht mitzählen was hier dann ist das eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf ähm sicher nein nee warte mal das kann nicht sein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn doch tatsächlich elf cool ähm gut und hier haben wir jetzt eins zwei drei vier fünf äh sechs sieben ähm aha neun zehn elf äh war elf ja eigentlich ne da geh ich doch nochmal auf Nummer sicher jetzt kann ich aber das sind eins zwei drei vier fünf sechs äh sieben sechs sieben acht neun zehn elf dann müsste das zu viel sein ich brauch zwölf denn dann brauch ich es gerade oder brauch ich es ungerade ah verdammt mein Hirn tut weh ähm 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 krank vier krank vier und krank groß komm egal es ist egal es ist so egal es ist alles völlig egal guckt mich alles gar nicht hatte ich das gemacht bei der puk ähm 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 auf jetzt ist es nicht mehr äh wie 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 hatte ich das denn wie war das denn wo ich mich wieder ausprobiere das ist schon so lange her aha los warte oh Gott oh Gott wo war das denn war das von 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 hoch und von oben nach unten bauen oder war das von unten nach oben bauen die Frage die ich mir gerade stelle dass ich hier alles auf eine Höhe bekomme weißt du ähm wo waren das war das wie war das wie war das aber ich probier das mal hier ist hier ja irgendwie alter wirklich chill macht nicht so richtig das was ich eigentlich möchte Virginia auf den Weg zu stehen ihr seid alle so aggressiv ich weiß nicht was los bei euch ist ich möchte das hat aber Glück gehabt die Musik ist so stimmungsvoll und passt äh sooo weiß ich wieder nicht was ich machen wollte ähm warte 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 scheiße wie kriege ich denn jetzt die Kuh vom Eis hatte ich das denn gemacht verdammt scheiße muss ich mir jetzt echt muss ich mir jetzt echt meine eigenen Videos angucken um zu sehen wie ich das gemacht hatte äh warte mal ich probier das mal an einer an einer Stelle aus wenn ich jetzt weiß nicht ob das so gewesen ist jetzt den hier mache ach das war so ne oh fuck oh nein oh nee scheiße aber ich glaube wenn ich das mit äh mit Baumstämmen weiterbaue dann dürfte das doch gehen fällt der in den Bäume hör auf damit er hat das schon ganz verlernt war schon gar nicht mehr wie das funktioniert mhm ist ja erst mal nur wichtig dass ich hier eine gerade Geschichte reinbekomme erst mal drehen schon wieder durch ne durch Steine kann ich das ja dann immer noch ersetzen ne jetzt wird es nämlich hässlich gleich ich glaube jetzt gleich geht es nicht weiter äh äh ich ähm weiß auch nicht wenn ich jetzt da waren das wo hat der war was wo hab ich eigentlich nicht irgendwas wo mir die Spaß haben kann hier nichts da so äh steine brauch mal ein und zwar wenn ich den da hinstelle wenn ich das weg mache äh den lege ich mal da kurz hin das bitte auch weg und den nehme angenommen kann ich das hier drauf bauen ne aber ich könnte natürlich wenn nicht muss irgendwie im Blut bleiben warte 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 wenn ich äh leg den mal so hier zwischen einfach bauen hä kann auch warum kann ich nicht hier zwischen bauen ähä spannend 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 das funktioniert so nicht okay also ich baue den mal hier hin warte 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 damit ich ein Maß habe so weg nehme ich den weg so und dann packe ich den einfach dahin und wenn ich den jetzt hier drauf baue es funktioniert so suboptimal gerade wenn ich ehrlich bin allerdings ist es schief und krumm ah und jetzt nach oben please macht mich ja gerade fuchsig ne dass das nicht so funktioniert wie ich mir das eigentlich äh vorstelle wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt so angenommen mach den hier dran ne so dann müsst ihr doch hier einen stein noch drauf bauen können nicht warum geht das nicht warum geht das nicht wenn ich wenn ich also angenommen ich weiß ich hatte dieses problem schon mal gehabt bei der burg und ich muss ganz ehrlich gestehen dass ich nicht mehr weiß wie ich das gelöst hatte und ob ich das überhaupt gelöst hatte so oh alter aus der marien schnitzel wie in dem po alter schwede hör mal auf jetzt das war ich selber ich hab mich vor mir selber erschrocken okay cool ähm hat mich jetzt auch noch nicht weitergebracht wie kriege ich wie komme ich wie kann ich würde der denn hier drauf passen guck mal der würde so drauf passen so ne jetzt müsste ich den eigentlich vom steintechnischen her nur eins höher machen theoretisch äh wenn ich jetzt angenommen und holz wird auch nicht weniger hier angenommen hä naja okay cool scheiße das müsste von beiden Seiten irgendwie ne oh das ist alles nicht so einfach vor allem sehe ich das so nicht so vielleicht so vielleicht so das würde gehen so warte mal und wenn ich jetzt hä aber da wird es doch schief doch im leben nicht gerade oder doch das soll gerade sein gelogen ist das doch ich kann mir im leben nicht vorstellen dass es gerade ist so so an dem wird das da oben doch aber trotzdem nicht gerade hä das kannst du mir nicht erzählen das löst mein problem nicht das löst mein problem nicht also so gar nicht ich kann ja nicht mal hier irgendwie untereinander verbinden höh öh verdammt okay 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 aber auch das löst das problem nicht Also mit Wögen und Brechen komme ich hier hin Oh, warte mal Das müsste fast ja eigentlich sogar reichen, ne? Ich denke zwar, dass ich hier schief komme Aber in die, ich komme in die Richtung komme ich doch auch nicht, oder? Hä? Mich verarschen? Ich glaube ja Ich glaube, er will mich verarschen Ich komme nicht in die Warte mal, ich kann den hier hin machen Aber ich kann es nicht miteinander verbinden Und da will er mir irgendwas drauf packen Macht auch so viel Ebenen einfach keinen Sinn Verstehe ich nicht Komme ich in irgendeine Richtung Gar nicht Irgendwie Äh Nein Macht auch keinen Sinn Das macht keinen Sinn Das macht alles keinen Sinn Ähm Weiß nicht, was er mir damit sagen würde Gut Gut Okay So, wenn ich jetzt im Bau Was ist denn da passiert? Das sieht richtig falsch aus Okay Spannend auf jeden Fall Und jetzt müsste ich Das geht ja auch Aber nee Das ist schon Das ist jetzt schon schief Okay Also, wir haben Warten 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 Nee Hier muss ich ja anfangen Das kann ich ja gar nicht zählen Wobei Doch Hier komme ich vielleicht noch Dann zähle ich es mal Eins Eins Zwei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Zehn mal zehn Reicht das? Und was ist dieses Reicht das? Von dem alle erzählen Es sind schon wieder 35 Minuten Leute Was soll ich machen? Es ist Es ist wie es ist Es ist wie es ist Und ich kann es schon wieder Nicht in diese Richtung bauen Es ist Es ist ein Grauen Es ist einfach ein Grauen Ähm Ich wollte sagen Ich äh Ja Wir versuchen das mal In der nächsten Folge weiter Und gucken wir mal Wie wir dieses Was auch immer es ist Irgendwie schön hinbekommen Deswegen sag ich mal Äh Bis gleich Ciao